Hey meine Lieben, heute, das ist ein Spezialvideo, grüße ich 5 YouTuber und ja, also, Grüße gehen raus an Blur, Paco, dann gehen Grüße raus an Bernd Gröling, dann gehen Grüße raus an Shampi, Hashtag Love, dann gehen Grüße raus an Schnauzi Lilly und dann gehen noch die Grüße raus an Tamara Sim. Wer noch gegrüßt werden möchte, schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich auch sehr über ein Abo freuen und ja, vergesst nicht, das Video zu liken. Ich habe euch auch wirklich sehr, sehr lieb und ich bin immer, immer, immer glücklich über neue Fans. Und ja, eine Sache noch und zwar, ich lade ein Überraschungsvideo für euch hoch, ein Spezialvideo. Ich lade es wahrscheinlich morgen oder einfach hoch, wenn ich Zeit habe. Ihr könnt gerne fragen, wann es ist. Ich überlege mir noch, wann es ist, aber fragt nachher, wenn ihr wissen wollt, wann ein Spezialvideo kommt. Ein sehr großes Überraschungsvideo. Und ja, das war es auch schon. Ich weiß, das Video ist kurz. Aber ja, ich habe euch lieb und wer gegrüßt werden will, schreibt es in die Kommis. Bye-bye.